Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich bin mit mir ins Reime gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzählen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Trump in jeder Außenseite als Gemeinschaft fremd tut. Fegelachs, meinst du? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann... ...sollten Sie Berlin verlassen. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa böschevistisch werden. In fünf Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Eine große Verantwortung liegt nur noch für einen Schuld. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt geile Schwächen. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wissen Sie nun, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden mit Strafgeführten, weil kann es aussen sein. Sie werden mit Strafgeführten, unter dem Morав dem Beare идет nicht mehr видели, aber sie werden mit der Zehn einbourfassung in gewalt. Sie werden mit Strafgeführten und Porto hinterम해�tetet. Entschuldigung alles ins Herbales stellen. Sie werden mit Strafgeführten und die Christen des Jahres nicht mehr dominieren. Sie werden mit Strafgeführten abgewichter und habenату ihre Strafgeführten umgere includes. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Verrat! Fägelei! Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Der Führer kann nicht als unloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen in der Halle ausbrechlich verboten ist. Das war's für heute. Wenn der Krieg es noch gewonnen ist, dann wird es mir auch bald geschmissen. Der Rösser steckt zu fünf Kilometer von Stecker. Der Rösser steckt zu fünf Kilometer. 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 Das war meine Vision. Ja, mit Himmler kollaboriert ist. Mit Verräter gibt es kein Mitleid. Mit Verräter gibt es keine Partner. Mein Führer... Ich... Ist das gut? Setzen wir uns. Krebs, was meint Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karzt-Horst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mit dem Angriffen von Böden ist alles wieder09 langs. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfragen! Himmler und die Lübeck! Das ist Unger! Unger! Was hat er daraus gemacht? Ich traue! Ja, vielleicht schon dort! Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe stein ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Ich will, dass Steiner angreift! Das ist purer Wahnsinn! Aber dafür sind die jungen Leute vom Tragen! Die weiß nicht mehr! Der ist ein Versager des 8. Macht! Der andere Steiner war ein Befehl! Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch brauche? Aussehen... ...ungefähr. Sie haben heute großen Rantling gemacht. Heute waren diese Steiner mal ein Reichen. Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! Ahah! Der Strauber! Ich will zur Fahnen verbericht! Das heißt, er ist die Junos-Attikant. Er muss zur Verfügung stehen. Haben Sie noch zwei Fehler in Ihrem Befehl? Ich glaube! Das war's für heute. Was haben wir darauf gemacht? Das ist der Wahnsinnig geworden. Und da ein ausgerechnet Himmler! Das soll die Armee fährt wahr! 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 Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Das soll die Armee fährt wahr! Das ist der schlimmste Armee fährt wahr! Das soll die Armee fährt wahr! Die Armee fährt wahr! Die Armee fährt wahr! Die Armee fährt wahr! Ah! Von allem Anfang an bin ich so vernaten und betrogen worden! DART! DART! Ah! ál DARTå Untertitelung des ZDF, 2020 Schmarratsch! Das Amorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Chmarratsch, das gibt Schmarratsch! Dish! Dish! Wir waren korrupt im Ausland. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Ich bin bei der Sieg verwandt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Dann sei die Armee, kehrt man! Ich bin bei der Sieg verwandt, das 50-steine Gewalt für die Ausland. Wir werden in den Spanns zu beten. Und in den Spanns zu gewinnen. Schnellen Sieg, bis zum Spanns! Ich bin bei der Sieg verwandt. Ich bin bei der Sieg verwandt. Ich bin bei der Sieg verwandt. Es ist ein Wettbewerb, der Sieg verwandt! Es ist ein Wettbewerb, in dem Spanns. Und in der Sieg verwandt. Es ist vorbei! Start! Start! Aber Sie haben zwei Felder geile Befehl! An meiner Passion! Jeder in der Umgebung des Südens weiß, dass es ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Das war ein Befehl! Ich habe das Kulte an den Gefallen! Ich habe das Kulte an den Gefallen! DAS! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja! Das war's. Das war's. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Das war's. 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 Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist der Fahnenflucht! Ich trau mich! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.